Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ja. Wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwo im Meer oder so. Weil weißt du das? Weil das auf dem Schild stand. Nie im Leben. Irgendwas mit Ocean. Von daher. Dann hatte ich so eine Idee. Nee. Blauer Himmel. Kinder. Kinder. Oh ist das schön. Leute. Das ist ja wie im Urlaub. Oh Leute, ist das Paradies hier. Leute. Also ne, wenn ich mal irgendwo Urlaub mache, dann hier. Mit den Zombies. Nicht. Sexy Wohnbereich. Sexy Wohnbereich. Oh, hier ist versperrt. Ach, kann es sein, dass wir in den finalen Dingen sind? Oh, hoffentlich nicht. Nein. Hier ist nämlich ein Funkgerät. Immer noch nicht. Ja, wieso? Das ist doch das Finale. Nein, bei mir nicht. Bei mir steht vorletzte. Ach so, weil er nicht im Funkgerät ist. Ach, traurig. Ja, so. Auf jeden Fall gibt es eine tote Pilzkühe. Wo? Hier draußen. Oh nein. Das Arme. Oh nein. Mit ihrem Pilz-Euto. Pilz-Euto. Ist das letzte irgendwie eine Bonus-Karte? Weiß ich nicht. Der hat doch so aus, als ob ihr im Finale wärst. Ich ne, mal, wir müssen uns das jetzt verteidigen, oder? Hilfe nach. Nein! Oh, Errungenschaft. Jumee. Gleichberechtigung. Hä? Warum? Weil du gleichberechtigt bist. Warum das denn? Basti steht da oben wieder wie der Chef auf dem Berg, ne? Willst du nicht? Er ist der König auf dem Berg. Ja, echt. Oh, komm, die kommen alle übers Wasser. Was los mit denen? Ja. Jesusse. Jesen, das ist ein Jesen. Jesen, die ganzen Jesen hier. Jesen, Leute. Jesen. Jesen, Leute. Ja, hier, hier hat ein Zombie. Du bist nicht so cool, wie du glaubst. Was ist denn das? Ach, hier ist ein Seemann. Hier ist ein toter Seemann. Popeye, der Seemann. Du, du, du. Ist Basti immer noch auf dem Olymp? Ja. Alter, das ist so ein... Nee, ey. Du weißt es. Ja, das gibt's nicht. Ich renne irgendwo in Schock hier rum, ich weiß noch nicht wo. Nein, ich wurde gezogen. Ja, gut, verdient. Du bist gezogen. Ich hab's aber geschafft. Erwartungen erfüllt. Schön, aber steh' ich nicht. Okay, ich hab's dazu. Er ist irgendwo. Wo, oder wo, oder wo? Keine Ahnung. Ich hab irgendwie jetzt Bock auf Pilzschutz, weil wir jetzt hab' hier nen Kuh. Gesundheit. Tank? Tank? Ja, bei mir. Ich hab Brandteile. Weg, 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 weg. Wo? Wo? Ich geh andersrum, hält mal ja auch noch. Was mit dem Ding? Da. Vorsicht, ja, ich komm von hinten. Ja, ja, ich brenne. Ah, ich brenne. Ja, passt besser auf. Ich hefte durchs Fenster. Hoch! Wasser, das ist so eine Scheiße! Oh, nee! Ach, ja, vergessen, dass hier Wasser ist. Ist er tot? Ja. Ja. Stopp, ich verarzte mich. Stopp, ich verarzte mich. Da hinten rennt noch was. Ich würde hier gern vom Kuchen naschen. Die Lümmel kommen übers Wasser. Ich bin da. Jana, in der Küche hilfe, kannst du mir mal, vielleicht... Nein, kann ich nicht, konnte grad nicht, ich hing an der Pilzkuh fest. Der Anttrianer. Ich, äh, hing leider ein bisschen in der Pilzkuh. Ja, das hatte ich auch grad. Ich bin schwarz-weiß, aber kann wieder laufen, das ist gut. Ich muss in die Küche gehen, da bin ich. Ich versuche, die mal irgendwie zu erskortieren oder so. Oh, da hinten kommt ne Spinne. Und vor allem ist hier ein Boomer oder so. Nein, vergesst er. Was ist das denn? Das ist ein Tank. Oh, die Spinne ist bei mir. Ich glaube, das ist ein Tank. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Hilfe, ich werde verdroschen. Oh nein, es wird Spaß, um mich, ich sterbe tot. Ihr müsst überleben. Tut es für uns. Gefallenen Kameraden. Da hinten kommt ein Hunter, vorsichtig. Wo ist da hinten? Also nicht, ich will was... Bei dir kann ich grad nicht gucken. Geh mal zu meiner Leichesdosen, da müsst ihr nen Apfel rumliegen. Ich müsste irgendwo beim Haus, ne, das Haus liegen. Okay. Oder? Schon weg, da auf dem Boden, irgendwo, oder? Irgendwann. Ja, du hast ihn. Jetzt halte ich. Los, deck mich. Ich seh da, ich seh da nen Boomer. Ja. Ich ne, mein, da müsst ihr auch hinfliehen, wenn dann gleich hier irgendwas vorbei ist. Ich würd sagen, geh mal zu Basti noch oben. Ja, Mist, Gerl. Oh, oh. Runter, schnell runter. Da, da kommt ein Tank. Da kommt ein Tank. Find ich, find ich den. Leute, nur. Oh, das geht schnell. Oh, das ist ein Tod. Basti, vorher schon bei Arbeit, Basti? Ja, ich hab die ganze Zeit betroffen. Ach so. Da kommt irgendwas angefahren, glaub ich. Ich hör mal, ich hör irgendwie so ein Maschinengeräusch. Ja, ich glaub... Ein Tütüt. Jetzt bin ich mal aufs Boot gespannt. Och, wie süß. Ein Segelboot. Ja, putzig. Ja, putzig. Passier dich grad. Oh, das war... Komm schon. Ja, komm, das kriegt der hin. Rauf da, rauf da, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie zu uns. Ist das jetzt vorbei? Weiß ich nicht. Die Überlebenden können wahrscheinlich fliegen, oder? Da ist noch irgendeine Karte, die jetzt kommt, aber das ist irgendwie was anderes. Ach, bitte nicht. Hä? Haha, das war's. Okay. Ist doch irgendwie komisch, weil eigentlich... Hm. Ja, gut, passiert, ne? Eine Stunde, sieben Minuten, geht ja. Ja, das ging. Also vom Ding her fand ich die nicht schlecht. Ja. Aber vom Aufbau her... 15 Mal außer Gefecht, alter Finne. Ich hab ja richtig Gas gegeben heute. Hast du gesagt, nö, ich mach nicht mit, ich leg mich wieder hin. Keine Lust. Das war nicht übertreiben hier. So. Wisst ihr, was voll witzig ist? Mhm. Ihr dürft jetzt alle mal Tschüss sagen. Lohne! Hör ja! Hör ja! Alter, Alter! Hast du uns aufgen... Ja. Kannst du nicht schmorten, Jana, mehr kann ich die ganze Zeit drüben. Ich bin nur am lamentieren hier. Oh, keine Kopfschlüsse, wow. Was? Prozent? Jetzt sieht das Internet Janas wahre Seite. Ja, jetzt sieht es die wahre Seite von Jana. Aber du musst ja nicht sagen, dass ich die bin, du kannst ja sagen, ich bin eine andere. Das ist diese Transamati, von der man hört. Bitte verlinkt nicht meinen Kanal. Es ist wie mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Aber bleibt noch mal kurz drin. Ich bin schon raus. Wie, bleibt noch mal kurz drin? Basti hat auch noch aufgenommen, oder was? Ja, nein. Nee, ich... Es gibt hier noch eine Karte. Ich bin aber schon raus, Karate, das hättest du vielleicht eher sagen können. Ich bin auch raus. Ist das vielleicht so eine Verversus oder so? Vielleicht ein Exklusivspiel für Minecraft und Evolution. Ich mach das mal kurz an. Ja, ich gucke auch mal mit rein. Ich bin gespannt, was das ist. Bestimmt irgendwas doofes. Saving Chunks. One Zombie at a time. Lol. Ja, aber schon morgen. Wir haben ja schon morgen... Oh, mal gucken, was für neue Karten man gekriegt hat. Ja. Was ist denn jetzt das? Minecraft from in-dev to official release. Ach, ist das nur zum angucken, oder was? Vielleicht. Ja, man... Ja, man kann ja nur so Kram angucken. Interessant. Nö, interessant ist das gar nicht. Nö, interessant ist das gar nicht. Ja, weniger interessant. Man sieht auch nichts, fraglich. Es ist immer nur dieses Haus. Ja, das ist doch so nah. Vielleicht gibt's am Ende was zu sehen. Ja, vielleicht kommt am Ende irgendwie ein Tank und bringt uns um. Das wär doch ein Ball. Man kann ja auch nicht erschießen. Nö, der Mistgerl grinst einen an. Er grinst dann einfach so an zu schelmisch wie er ist. Ja, ich weiß ganz genau, dass wir hier nix tun. Oh, ein Gast. Hallo, Gast. Stopp. Habt ihr jetzt hier den Spaß eures Lebens? Nö, eigentlich nicht. Und sehr gut. Es ist ein bisschen wie so eine Slideshow. Hm. Okay. Na, dann krieg ich erst mal Lulu. Ah, Baum und Wolle. Cool. Schicker Wolle-Turm. Boy. Das muss man erst mal hinbekommen. Ja, so ein Wolle-Turm, den krieg ich eigentlich jeder. Oh. Oh, Betten und so. Ich komm vor, als muss man irgendwie im Kreis gehen, aber. Äh. Oh, ein Hund. Süß. Oh, Regen. Hey, der fährt im Kreis. Ja. Ja, ja. Das war das Intro von Große Pause, oder? Klang jedenfalls nicht so. Kann sein. Kann sein. Das klang nicht so. Ich geb dir gleich. Das klang voll so. Nein. Das klang voll hart so. Oh, Babyspinne. Und hier, wie heißen sie? Äh. Silberfischer. Muss da noch irgendwas tolles kommen. Hast du das nicht, Susan? Dir den einen Server... Ich will nicht drüber reden. Ich hab... 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 Ja, ich hab... Wahnsinn. Boah, ich hab... Ich hab... Sorry als ihr selbst. Hey. Lo... Lo... Lois als ihr selbst. Oh, ist wie ihr da? Drei Minuten. Keine Kids? Nein. Das war ganz schön schlecht. Traurig. Ja. So, so, wir warten bis Jana... Wie er da ist? Muss ja auch Tschüss sagen. Hallo, ich bin da. Ja. Ach so, gut. Hallo, ich bin da. Hä? Ja, tschüss. Äh... Ciao, bye. Ciao, bye. Haut rein. Abonniert alle. Tschüss, boys. Also so.